Grüßt euch Jungs. Kleine Info zum 16.12. Wir werden uns 19.30 Uhr treffen, nach Möglichkeit das ganze Team, alle die da sind. Los geht es dann 20 Uhr bis 24 Uhr, eine Art Ausdauerlauf, aber mit Besonderheiten. Es wird immer nur eine Person laufen, die Details kann ich euch schon mal geben. Ihr müsst euch organisieren, absprechen, miteinander reden und es gibt noch zwei, drei Zusatzaufgaben, die ihr dann an dem Tag erfahrt. Deswegen 19.30 Uhr treffen, am Sportplatz am 16.12. Ihr kriegt ein paar Aufgaben, müsst euch organisieren und 20 Uhr bis 24 Uhr gibt es Einheiten zu machen. Also bis dann, viel Spaß, tragt euch im Katermanager ein.